Während ich von einer roten Krabbe träume, die von einer roten Krabbe träumt, die von mir träumt, während ich von einer roten Krabbe träume. Ich wache verheult auf und ein Riesenmond blendet mich, dass ich kaum die Augen öffnen kann. Meine Schwester schläft, atmet unmerklich. Auf dem Balkon steht Osja in dürrer Gestalt. Ich schaue auf meinem Handy nach der Uhrzeit, drei Uhr morgens. Ich darf noch eine Weile schlafen. Nach fünf Minuten, vielleicht auch mehr, klingelt der Alarm meiner Schwester. Ich wundere mich über die eingebrochene Helligkeit und weigere mich aufzustehen. Mein Kopf fühlt sich auf dem weichen Kissen an, als läge er zwischen den warmen Großmutterbrüsten. Ich drücke das Gesicht in den Stoff und rieche an ihrem hennergröteten Haar, das nach erdfarbener Kernseife duftet. Das Kissen ist feucht von den vielen Tropfen, die von Großmutters Zöpfen regnen und auf meinen Wangen platzen, weil sie kurz zuvor geduscht hat. Vielleicht habe ich auch nur im Schlaf geweint. Ich kann kaum durch die Nase atmen und muss an die rote Krabbe denken. Sie kriecht unter den Sand und beim Rauskrabbeln sammeln sich Sandkörner in ihren Augen. Ich will mich unter den Laken begraben, mich in die Matratze bohren, in meiner Großmutter wohnen, die mich niemals gebiert. Ich könnte mich von ihrer Leber ernähren und meine Füße an ihren Nieren wärmen. Die kalten Füße habe ich von Osja geerbt. Sie wandert wie ein verehrter Geist mit einer Decke um die Schultern in der Wohnung umher. Nachmittags liegt sie eingerollt in ihrem Ehebett. Abends betet sie auf dem Balkon einen Viertelmond an. Im Schein strahlt sie so schön wie eine verlorene Jungfrau. Letzte Nacht beobachtet ich sie, die fahlen Hände auf das Geländer gelegt, das Gesicht zum Vollmond gerichtet. Früher, ganz früher, vor zweihundert Jahren vielleicht, da beteten wir gemeinsam den Mond an. Da wohnten wir noch im Irak. Osja hob mich auf die Gartenmauer. Sie selbst kletterte auf einen Kasten, damit ich mich gegen ihre Schulter lehnen konnte, und wir stierten durstig den Mond an. Sie benetzte die Fingerspitzen mit Spucke und rieb meine Hände damit ein, während sie die Namen aller heiligen Frauen wisperte. Ich war mit meiner Nase ganz nah an ihrem Kopf, der nach Aleppo sei verroch, und konzentrierte mich auf ihre Stimme. Im Namen von Karima der Großzügigen, Amina der Treuen, Halima der Milden und Fatima der Reinen, im Namen von Mariam der Unberührten, Osja der Barmherzigen und Aziza der Mächtigen, im Namen von Khadija der Weisen, der ersten Muslimin und Gefährtin des Propheten, Gottes Lob und Friede seien auf ihnen. Ich hatte am Tag zuvor mit erdfarbenen Kröten experimentiert, deswegen wuchsen Warzen an meinen Händen. Du darfst nicht mit Kröten spielen, verstanden? Ich winde mich zwischen den kalten Zöpfen der Großmutter. Mein Kissen ist durchtränkt von salzigem Wasser, das ich glaube zu ertrinken, wenn ich nicht bald aufstehe. Ich zünde mir eine Zigarette an, während ich auf den Bus warte und auf die neunte Etage starre, wo Tante Khalida wohnt, an dem höchsten Punkt wie der Geier im Horst. Ich schaue auf das Hochhaus, das mit 368 Augen zurückschaut. Die Anzahl der Augen entspricht nur zu einem Drittel der Wahrheit. Trotzdem halte ich den Blick entstand, ziehe genüsslich an meiner Zigarette und wandere mit den Augen über das Hochhaus wie bei einem Wimmelbild. Auf den Balkonen hängt regungslos verwaschene Kleidung an den Wäscheständern, weil selbst der Wind das Viertel nicht besucht. Auf wenigen Balkonen stehen Blumentöpfe, ohne richtige Blumen, nur mit Löwenzahn, der aus Versehen dort geblüht ist. Neben den Blumentöpfen haben einige Bewohner die Winterreifen aufeinander gestapelt, zum Beispiel Familie Hussein auf der sechsten Etage. Ihr vierjähriger Sohn, dessen Namen ich nicht kenne, der aber wahrscheinlich auch Hussein heißt, klettert auf die Winterreifen, um über das Gländer gelehnt seine Freunde und Brüder zu rufen. Jedes Mal denke ich, heute ist es soweit. Heute fliegt der kleine Hussein. Heute landet er am Eingang. Heute zermatscht er vor Kämmerls und Mammuts Füßen wie eine weiche Tomate. Aber Hussein Senior und Frau Hussein erwischen den Kleinen jedes Mal rechtzeitig, zerren ihn runter und ohrfeigen ihn, damit er nie wieder auf die Winterreifen klettert. Dass klein Hussein am nächsten Morgen wieder die Winterreifen besteigt, ist so wahrscheinlich wie der Regen im April. Ich schaue ein Stück höher, wo Tante Khalida wohnt. Schaue auf die Rumpelkammer, die mal ein Balkon war. Da lagern weiße Plastikstühle für den Fall, dass sich dreißig Gäste auf einmal ankündigen. Diverse Besenstühle stehen in einer Ecke mit einem traurigen Wischmopp in ihrer Mitte. Zwei Riesenantennen versperren die Sicht auf die Fenster. Das Hochhaus ist vollgestopft. Da ist nicht einmal Platz für einen Liter Sonnenschein. Ich stelle mir vor, wie das Haus sich alle zehn Jahre einmal kräftig schüttelt, um die gehortete Last seiner Bewohner abzuwerfen und einen Schritt vorwärts zu machen. Aber seit zwei Jahrzehnten hat das Hochhaus verschlafen, sich zu entrümpeln. Vielleicht ist es auch tot. Tante Khalida betritt den Balkon mit einer Pfanne in der Hand. Sie setzt die heiße Pfanne an einen freien Platz und schaut sich im Viertel um. Nach ein paar Sekunden bleiben ihre Augen an mir und der Zigarette in meinem Mund hängen. Tante Khalida streckt ihren Hals wie ein Geier, der nach einem Kadaver Ausschau hält. Immer wenn sie mich an der Haltestelle entdeckt, richtet sie den Blick lange auf mich, als würde ich genau vor dem Haus etwas Unerhörtes anstellen, zum Beispiel zu einem Jungen ins Auto zu steigen. Ich zünde mir eine weitere Zigarette an und warte auf Tante Khalida, die von ihrem Horst abheben, zu mir hinabsteigen, mich mit ihren Krallen packen und davonfliegen würde, wie ein prähistorischer Greifvogel.